Neues iPhone? Hier erfährst du, wie du es ganz schnell konfigurierst, indem du die Daten deines bisherigen iPhone überträgst. Schalte dein neues iPhone ein und halte oder lege es neben dein altes iPhone. Schließe beide Geräte an eine Stromquelle an. Wenn auf deinem alten iPhone Schnellstart angezeigt wird, tippe auf Weiter. Wenn du die Taste Weiter nicht siehst, überprüfe, ob Bluetooth aktiviert ist. Auf dem neuen iPhone wird nun eine Animation angezeigt. Scanne diese mit der rückseitigen Kamera deines alten iPhone. Gib anschließend den Code deines alten iPhone auf dem neuen iPhone ein. Folge den Anweisungen zum Einrichten von Face ID oder Touch ID auf deinem neuen iPhone. Tippe abschließend auf Von iPhone übertragen, um deine Daten zu übertragen. Halte die beiden Geräte nah aneinander. Während der Übertragung müssen sie an den Strom angeschlossen sein. So einfach ist die Konfiguration.